willkommen zurück beim neuen kleinen let's play projekt gab einige die sich kinderspiele gewünscht haben da habe ich noch ein bisschen was da können wir dann gleich mal loslegen mit der paw patrol the movie oder abenteuer stadt glaube ich genannt ich würde sagen wir hauen uns direkt rein als erstes feuer löschen ich denke das schaffen so dann kommt mal wer darf danke dass ihr so schnell gekommen seid bürgermeister besserwissers feuerwerk hat eine katastrophe verursacht der bürgermeister wieder funken haben überall in der stadt kleine brände ausgelöst wir müssen verhindern dass sie sich ausbreiten okay du musst den weg mit einem bohrer frei machen okay rubble mit dem bohrer alles klar du musst die brände mit einem feuerwehrauto löschen marshal löscht alles klar kriegen wir die helfer auf vier pfoten legen los ich bin schon gespannt ist ganz ungewohnt mal wieder ein jump'n run zu spielen hat sehr lange ladezeiten wie ich feststellen muss also das ist nicht wenig ah ja guck mal der ist immer noch nicht fertig was macht er denn da ja wir hören musik ja aha ich glaube ihr müsst auf euren pfoten weiterlaufen marshal lauf du voran okay ich lauf auf meinen pfoten weiter verwende das hier um den feldfreund zu bewegen ja mit dem stick alles klar bringen wir ihn so oh das ist aber ein bisschen wackelig hier auf die beine toll aber schön vorsichtig sein wir wissen nicht wie viel schaden das feuerwerk angerichtet hat okay bin ich vorsichtig kein problem du musst springen um weiter zu kommen springe drücke das hier um zu springen ja hab ich mir schon gedacht so so ganz neu in der gaming branche branche sind wir ja nicht aber guck mal schon das ist aber wenig so na alle knochen mitnehmen ganz wichtig nicht alle leckerlis einzusammeln die du auf dem weg findest oh wenn ich zu nah an der straße gehe rufen die so alle leckerchen mitnehmen komm zack jawoll so da hinten auch noch ich glaube da waren super leckerchen ja ich im moment sind aber auch ungeduldig hier so zack die nehmen wir auch noch mit oh ja hier noch mehr oh da müssen wir durch die straße da ist das zebra streifen wir gucken trotzdem nach links und rechts alles klar so los fällfreunde wir müssen uns beeilen da gibt es aber viel zum einsammeln da ist ja genau das richtige für mich hier oh weiter und zack guck mal hier hinten sind auch noch welche nehmen wir erst die hier hinten und dann die hier vorne so und der leckerchen auch noch du machst das großartig aha das ist übung wenn es um leckerchen geht so das ist immer jeweils einer aber wie viel sind denn die die großen leckerchen wert jetzt kommen keine mehr das ist aber schade naja da hinten so jetzt haben wir 212 das sind 5 okay so hier auch noch welche da ist noch ein großes aha da drüben ist nichts mehr das ist eine aufgabe für rubble fällfreund ändern verwende das hier um von einem fällfreund zum anderen alles klar machen wir zack da ist rubble pfoteninteraktion drücke das hier innerhalb des kreises um die pfoteninteraktion zu aktivieren kein problem kriegen wir ihn dann an bohr mal bohrer bewege das hier um den bohrer zu platzieren dann drücke mehrmals okay so naja haben wir geschafft also überhaupt kein problem so dann können wir auch mit rubble weitergehen oder noch ist ja kein feuereinsicht keine pfote zu klein so dann nehmen wir alles mit so nach links gucken nach rechts gucken wir müssen uns beeilen so ja so na das ist auch kein großes leckerchen mehr das ist aber schade so dann nehmen wir hier auch alles mit und den da oben sowieso und zack hier hinten noch einer ich bin mal gespannt ob ich alles schaffe so den oder nicht oh in pfeilform sogar ja links rechts alles klar gut gemacht sammle so viele leckerlis wie du kannst ja ich will alle sammeln so aha was ist das denn oh hoppala guck mal guck mal was ist das denn du hast ein abzeichen gefunden okay ich hab ein abzeichen hey hey das fängt ja super an hier äh da war nichts mehr dann können wir hier rüber ja alles mitnehmen einsammeln jawohl ja und hier rüber den nehmen wir mit und die also müssen wir auch noch drei abzeichen zu den 600 knochen sammeln das ist ja gar nicht so wenig Marshall benutze deine feuerachst okay wechseln Marshalls doppelachst verwende das hier um die axt zu bewegen und die hindernisse zu entfernen okay ja guck ach so weitermachen okay machen wir weiter ein bisschen geht noch ja na dann können wir ja weiter diese Musik da ist schon klasse hervorragend oh oh hier ist war so ein großer Platz da hätte man ein Pack noch mehr mitlegen können naja aber so viele fehlen uns ja nicht mehr du musst springen um weiter zu kommen ich spring schon die ganze Zeit Marshall Rubble seid vorsichtig Tom haben wir hier vielleicht noch ein Abzeichen irgendwo nö nö ach nial hier ist das Abzeichen okay ich hab nix gesagt hey hey wieso wieso kann er denn nicht da drüber wo muss ich denn hier hin ach so hier okay dann gehen wir halt hier lang so ne da ist nix da oben sind wieder welche hier unten oh da hinten waren auch noch welche so hier rüber da ich hab noch kein Feuer gesehen so oh weiter so ach so da müssen wir hier weiter okay ja so hier rüber und hier hinten auch noch hin so ja den dicken und so oh da ist auch noch oh man wo muss ich denn jetzt überhaupt lang da unten ging's da auch noch weiter oder da ging's auch noch weiter erst mal den hier mitnehmen bevor wir ihn nachher vergessen bevor uns nachher ein Knochen fehlt ah ne hier geht's nicht weiter so hier hoch noch ein paar Knochen mitnehmen dann durch die Mitte gut gemacht benutze jetzt dein Feuerwehrauto um das Feuer zu erreichen und zu löschen Moment ey uns fehlen aber noch ein paar wir haben noch nicht alle Knochen Fahrspuren wechseln verwende das hier um das Fahrzeug zu bewegen und die Fahrspur zu wechseln oh Gott okay weiche den Hindernissen aus wechsle die Fahrspur um den Hindernissen auf der Straße auszuweichen okay ach das gibt noch mal extra Knochen hier oh oh dann mal hier rüber oh ne das war ein Knochen noch shit ja ich versuche trotzdem alles mitzunehmen oh ja hier links drüber ja oh Gott oh Gott oh ist ja das ist ja genau das richtige für mich ne oh mein Gott naja bis jetzt geht's noch aber wieso sind wir nicht sofort mit dem Auto dahin gefahren fünf Stück fehlen mir das war das war traurig ne naja Feuerwehrauto Wasserblasen verwende das hier um auf den richtigen Bereich zu zeigen okay dann drücke hier um Wasser zu schießen drücke hier okay viel mehr oh guck mal Feuer aus botenstark toll gemacht Marshall du hast das Feuer gelöscht Rubble hat recht ein Hydrantschein zu fehlen oh oh ob den jemand gemopst hat ich seh das Schuhabdrücke 871 von 1000 hä warum haben wir denn so viele vergessen man weiß es nicht okay wir haben auf jeden Fall das erste Level geschafft ich würde sagen das nächste Level gucken wir uns in der zweiten Folge an ja und dann schauen wir mal was die Verkehrspolizei so macht alles klar wir sehen uns beim nächsten Mal macht's gut